Seit etwa 30 Jahren führe ich in der Kölner Südstadt die Praxis für Sprach-, Sprech- und Stimmtherapie. Die Zufriedenheit der Patienten ist mein größtes Anliegen. Mir liegt viel daran, dass ich Vertrauen habe zu den Patienten, die Patienten zu mir, die Patienten zufrieden aus der Therapie am Schluss herausgehen. Patienten jeden Alters kommen in meine Praxis. Gemeinsam finden wir eine Lösung. Untertitelung des ZDF, 2020